Hallo! Hallo! Hier spricht der Kapitän. Willkommen an Bord. Willkommen an Bord bei den Korngästen. Wir fahren immer ganz gemütlich an. Die wird mal neues Kurs an mir. Wir fahren uns gemütlich. Wir fahren uns gemütlich. Wir fahren uns gemütlich. Wir fahren uns gemütlich. Wollen wir mal einstellen. Wir machen das so früh. Wir machen alles an. Sie hat eine Waffe. Achtung! Alles an, Freunde! Dann wollen wir mal! Wir machen's! Tschüss! Joutube! Joutube! Der hat besser als der Züge-Tippel. Der hat mehr Spor. Er hat mehr Spor. Ich bin mal Gas. Er hat noch mehr Spor. Der gibt da oben Gas, weißt du. Er fährt lange nach oben, gibt es dann aber oben Gas. Na, alles gut bei euch? Könnt ihr alle noch? Dann kann es ja losgehen. Dann spielen wir jetzt ein kleines Spielchen. Haha, Becherspiel. Alles klar, Achtung, aufgepasst, wir spielen das Becherspiel. Ihr könnt jetzt wieder eine Freifahrt gewinnen. Achtung, mit Herdschimpf ist voll aufgepasst. So, alle haben einen Becher, da kann es ja losgehen. Wer jetzt hier nicht schafft, das meiste Wasser in dem Becher zu halten, der bekommt hier wieder eine Freifahrt. Und die Becher bitte nicht zusammendrücken oder die Hand drücken. Das ist so gehalten. Das ist ja klar, da wollen wir mal. Gut, er hat getrunken, da reichst du. Gut, er hat getrunken. Der Countdown, Leute. Oh Mann, oh Mann, jetzt geht's los. Achtung. Tasko Böckermichhaus, hier den Hut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, jetzt geht's ja immer, ganz runter. Das ist total verrückte Wecherspiel. Antikorne. Der Gemeinde kommt hier wieder auf Freifahrt. Dann schauen wir mal, zeigen mal her, die Becher. Einmal bitte nach vorne halten, wer hat denn hier wieder gewonnen? Ja, mit dem Nike. Mehr oder nicht, das Mädel auch. Das ist ein Tiermerkmal. Ist ja nicht die Vierde oder der Papa in der Mitte, Daniel, schau mal hin. 13, das war aber knapp, die 13 hat gewonnen. So, runter auf den Boden mit die Becher, bitte nicht nach der Außen schmeißen, einfach runter damit. Ich hab da noch mal ne kurze Frage an meine netten Fahrgäste. Könnt ihr noch? Ja! Wollt ihr noch ne Runde? Ja! Dann alle mal die Arme nach oben, die Hände mal zum Handy für ne extra Runde. Die machen das so als der Handsteiner, die machen das so. Alles klar, Freunde, das sieht gut aus, hier machen wir eine. Da geht noch was, da geht noch was. Tschüss, 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 tschüss. Ich glaube, wie die Witz singt. Wir drehen die Schöne los. Das ist alles klar, tschüss, tschüss. Hat er etwas schneller gefahren. Wir halten, wir landen, neue Reise, Achtung, da seid ihr wieder. Das ist alles klar, tschüss, tschüss, tschüss.